Ich bin zu lecker Jo Leute, was geht ab? Einen Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal Leute Und ja, Feufeleute hat sich gewünscht, dass wir nochmal sowas ähnliches machen Und deshalb haben wir heute nochmal ein Part draus Und zwar erkennen wir heute mal YouTubern hier in Intro-Songs Und heute wieder zusammen mit Antoine Guten Tag, ey, du Pescher-Marsch Du bist zum Arsch, ey Alles klar Nein, Leute, der Energy wieder mit am Start, ja Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das Format ja was von Pixel-Wolf und The Beats Das haben wir ja letztes Mal auch schon mal gesagt Was für ein Wolf, Alter, was für ein Wolf, Alter Aber so viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben Haut noch einen zweiten Part raus Und Leute, wir machen jetzt noch einen Part Und ich denke mal, irgendwann war es das dann auch Weil ich will jetzt ja nicht alles klauen Und Alter Dein Maul Du bist ein Arsch, Leute Alles klar Der wird dich am Arsch Bei mir ist es so hart unaufgeräumt, ne Ich sehe aus wie ein Penner, Alter Egal Also, ich hau mal den ersten raus Und du musst es kennen, okay Ich fang an In 3, 2, 1 Ich spiel mal ein bisschen vor Oh, 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 oh Oh, ich kenne das Und, von wem? Oh, fuck, ich kenne das Oh, man muss es kennen, Leute Ich kenne das Was, von wem ist es denn? Warte, Quads Warte, nein Nein, das kann nicht sein Wenn ich das nicht errate, bin ich ein Huhn Oh, sorry Alter, man muss das doch wissen Ich weiß, aber ich weiß es gerade nicht Willkommen zum besten Format auf YouTube Jetzt aber Digga, Ape Crime Halt die Fresse, das war Ape Crime Doch, von Let's Draw Ach so, ja Du bist gut Nice, man Erster Punkt Geht an mich Ey, aus wie schlecht ich mal wieder war Ich wette, ihr habt es alle erraten, oder? Leute Das war so einfach Oh, man Das war einfach so Ich bin einfach so schlecht Okay, bist du bereit? Ja, ich bin ready Hau mal einen raus, Mann Okay, los geht's Okay Hallo, ich war mit ihm im Varo-Team Ich kenne ihm sein Intro Nice, Alter Vielleicht hast du es nicht gefunden, wie ich? Oh, wahrscheinlich Egal Boah, Ise schon zwei Punkte Ja, okay, okay, nächste Runde Gib direkt jetzt, komm Okay, also den musst du ohne Scheiß kennen Weil er ist auch ein richtig erfolgreicher YouTuber Ich halte es mal in den Bauch Der ist ein Jod, aber Okay, einfach zuhören Einfach zuhören Es geht los Warte Hört ihr das? Das hört sich nach einem Punkt für mich an Was ist das? Dig, ist es Lady Gaga, oder was? Ja, wahrscheinlich Lady Gaga, Alter Alter Es ist einfach mal Lady Gaga Das muss man doch kennen Ich kenne das nicht Alter, Hashtag Freiheit, Mann Achso, ja Ja, Dehner Was für ein Dehner Ungespielte Sport Ey, Digga, lass mich doch ausreden, Mann Ich wollte gerade Digga Eigentlich Punkt, Digga, für mich Wisst ihr was? Weil ich das Ganze eh safe gewinne Gib ich dir einfach mal den Punkt So nett bin ich, Mann Digga, Digga, du hast mich ausreden lassen Was soll das? Ja, tut mir leid, Mann Ey, warte, du musst dich mal jetzt muten Damit ich mein Video anmachen kann Ja, dann mute du dich mal Ja, okay Ah, ich muss mich muten Wie mutet man sich denn? Leute, ihr müsst wissen Danergy ist so eine Person Er weiß alles Er kennt sich ja auch echt krass Mit dem Teamspeaker aus Muten ist auch wirklich schwer Kurz auf das Mikrofon zu klicken Ich mein, Leute, wer kann sowas? Hallo? Warte doch Professionelleste Videotrager Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit Okay, let's go Hallo, meine Lieben Ja, und yes Dana, oder? Ich bin der King, Alter Weißt du, es gibt ja einfach so einfache Vorlagen Du spielst mir über das von Lady Gaga an Was ist das für eine Scheiße? Junge, du sagst mir vor der Aufnahme Wir nehmen aber keine schwer erfolgreichen Leute oder so Und dann holt er einfach Dana Jetzt wirst du aber zerstört Jetzt wirst du zerstört Mach, mach 1-1 Ach, Leute, ja, okay, komm Wisst ihr was? Jetzt hauen wir mal wen raus Da bin ich echt mal gespannt, ob du ihn kennst Awai, war der? Nein, er kennt mein Intro Ja In keinem Wissen Fuck Ey, Mann Das Intro ist neu, woher wusstest du das? Ich gucke deine Videos manchmal, Mann Oh, shit Nice, Mann Okay, du hast schon zwei Punkte Ey, ich glaube, ich gewinne jetzt Ja, wahrscheinlich, oder? Gewinnst du jetzt Ey, Leute Mit Ansage Ich schwör's dir, mit Ansage Na klar Bist du bereit? Ja, ich bin immer bereit, Mann, hau raus Spiderman? Hä? Du hast verloren Nein, warte mal, das war locker Spiderman Dieses Willst du es nochmal hören? Weißt du, willst du nochmal dein verlorenes Ja, mach nochmal, komm nochmal, nochmal Hier Boah, kronk Kronk Bamm, Alter Bamm Kronk Was? Kronk Halt die Fresse Kronk Es ist nicht dein Ernst Woher weißt du das? Stimmt das? Oder weißt du das? Stimmt das? Ja Woher weißt du das? Der King, Alter Junge Warum hab ich's nochmal abspielen lassen, ich Idiot Lava, warst du wirklich kronk? Ja Ich hab grad einfach nur irgendwas geraten, Mann Halt die Fresse Der Boss Lava Egal Oh mein Gott 2-2 Ich bin der King, Alter Hast du noch einen? Ja, ich hab noch einen letzten Ja, okay, hau raus Letzte Letzte 2-2, es geht jetzt um die Eier Puh, okay Hast du die Eier? Ich hab die Eier Aber das Problem ist, das ist jetzt wirklich schwierig Und ich weiß echt nicht, ob du's kennst Das ist halt ein YouTuber, der ist halt nicht so bekannt Alter, okay, aus Der hat halt, war chill, der hat wenig Abos Der Typ ist halt Ich kenn nicht mal Ape Crimes Intro, Alter Da willst du mir sagen, Ape Crimes Hör einfach mal zu, ja Der ist halt auch scheiße, der Kerl Ich guck ihn auch selber nicht, aber los geht's Los geht's Oh, du bist so ein Wichser Und wer ist es? Ganz genau Ravens halt Wie er das aufgebaut hat noch, ey Alter, den guck ich selber nicht Ich dachte so krass, dass er das auf YouTube sagt Krass, dass er den Leuten jetzt sagt Dass er den richtig hasst Du Wichser Ja, wir lösen mal auf Es war der von Danergy Ja Egal, Digga Mein Okay, es steht Weißt du, es steht eigentlich 3-2 für mich gerade, weil ich's weiß Ja, okay, okay Wenn du den jetzt nicht schaffst, hast du verloren Okay, okay, oh fuck, Leute Hatte auch eben gerade vor, eigentlich ein Wifes Intro zu nehmen, aber alter Nee, nee Das wär echt lustig gewesen Oh mein Gott, jetzt muss ich gewinnen, Alter Okay, hau raus Wie komme ich zum Zoo Werbung Wie komme ich zum Zoo Jetzt Jetzt Bereit? Ja, mach Alter, dieses fucking Internet bei mir zu Hause Herzlich willkommen Oh shit Ja, locker, Alter Twin TV, was gehen, Alter Alter, fuck, Alter Fängt da an zu reden, der eine, Alter Hey, ich kenn dich aber auch so, Mann Hast du dieses Spiel? Der Boss Also, sag du uns doch mal kurz, wer gewonnen hat Hey, 3-3, Alter Hey, nix, 3-3 Ich hab doch Gülisleif gewusst Es war 2 gegen 2 Hast du denn Gülisleif auch gesagt? Ja, ich hab, du hast selber, ja Ich? Ja, na klar Ja, was machen wir jetzt? Astrein ist unentschieden Okay, komm, wir machen Jetzt muss jeder noch eins sagen, aber wir müssen singen Wir müssen selber singen Okay, okay, los, los Komm, mach Okay, schau raus Nein, fang du mal an Du fängst an, ich hab doch keine Nein, du fängst an, Mann Ey, willst du mich verarschen? Mein Kanal, meine Regeln Fang jetzt an Ich hab keine Ahnung Ja Ey, was war das? Du gibst auf? Okay Kelly, kommentiert Ja, Junge Kommentare Yeah Okay, dann hab ich auch noch ein letzter raus Und? Alter, das war so scheiße Erstmal das Es war von... Mach mal abspielen Kelly, miss was? Okay, nochmal Was für ein Pferderennen ist das denn? Was ist das für eine Pferderennmusik? Es war von Rap Inside Alles klar Alles klar, Leute Nee, echt Aber weißt du was? Du hast dich heute so gut geschlagen Du hast heute wirklich mal ein paar Sachen gewusst Bei der letzten Folge War es ja nicht ganz so der Fall Besser mich, Alter Ich bessere mich Deswegen würde ich sagen Du kriegst jetzt den Win von der Folge Aber dafür Machen wir nächste Woche oder so Noch eine finale letzte Folge Mit irgendwas erkennen oder so Und da gucken wir dann, wer der King ist, okay? Ja, Mann Ich hab gewonnen, Alter Du bist der Baba, Mann Jetzt musst du einfach sagen, dass ich der Baba bin Alles klar Gut, das war es dann auch von der Folge, Leute Nein, du bist der Baba, Alter Okay, Mann Leute, wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben Da würde ich mich sehr freuen Und schaut auf jeden Fall mal bei Deine G vorbei Wenn ihr mehr Videos von dieser Mistgeburt sehen wollt Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Video Haut da rein Und ja, macht's gut Ciao, ciao